Lazarus Nummer eins war ein Neufundländer und das Experiment missglückte. Nummer zwei war ein Scotch-Terrier, der nach einem Autounfall bereits eine halbe Stunde tot war. Es gelang mir wieder Reflexbewegungen zu erzeugen, aber das Bewusstsein konnte ich ihm nicht wiedergeben. Lazarus Nummer drei war ein Pudel. Er starb unter Chloroform, war 20 Minuten tot und lebte doch wieder auf. Er kam zu Bewusstsein und konnte sogar wieder sehen. Aber es dauerte nur eine knappe halbe Stunde. Und dann kam Nummer vier, ein hochintelligenter Schäferhund, den ich durch Ersticken tötete. Ich ließ ihn drei Stunden lang liegen. Sie müssen zugeben, dass das eine beträchtliche Zeitspanne ist. Er war völlig kalt und dennoch gelang es mir, ihn wieder zum Leben zu bringen. Er lebt heute noch. Er frisst, säuft, schläft, kann sehen, riechen, hören. Aber... Er blökt, schläft, schläft, schläft. Er ist so schön. Drei people, als widow, schläft, schläft, schläft. Das kam zu Meer.